Jo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Far Cry New Dawn. Ja, ich wollte jetzt eigentlich erst die neue Folge beginnen, wenn wir circa ungefähr fast dort sind, bei unserer nächsten Hauptmission bei New Eden. Aber ich muss die jetzt noch jetzt schon anmachen, die Aufnahmen, oder eher gesagt die Starten, weil, was haben wir denn hier? Das ist doch diese Kirsche, wo Far Cry 5 geendet hat. Hier draußen. Ja, das ist das alte Lager von Joseph Seed. Das ist komplett überschwemmt und so. Ja, und hier hat er ja auch Far Cry 5 begonnen. Ich find's krass, wie das alles so jetzt hier aussieht. So, was liegt denn hier so? Alles hat sich so schnell verändert. Die Welt der Vater ist ein Weg für uns. Okay. Das sind auf jeden Fall einige Sachen. Halt. Ich verließ eine Kirsche und kehrte zurück, um eine Ruine vorzufinden. Aber ich weiß, dass die Familie irgendwo überlebt hat. Wer war denn Megan? Der Name sagt mir was. Megan, Megan, Megan. Wer mag Megan? Der Name sagt mir was. Ich hab halt leider gerade echt nicht mehr so alles im Kopf von Far Cry 5. Wer war Megan? Oder kannten wir überhaupt eine Megan? Gut. Das ist halt auch immer so die Sache. So. Dann machen wir jetzt mal drüber zu dem guten Joseph. Zu seiner neuen Basis. Das sieht ja schon echt erstaunlich aus, so die Basis. Das sieht halt schon cool aus. So, gewissermaßen. So. So. Eidens Feuer Ok 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 abgewendet. Deswegen benutzen wir keine Schusswaffen. Damit kann man zu leicht töten. Wenn wir zusammenarbeiten sollen, musst du das verstehen. Okay. Es hat sich ja komplett geändert hier so. Die Art von Joseph, wie es aussieht. Vorher hatten die ja immer Schusswaffen, jetzt hat er doch jetzt nur noch Bogen. Okay, wir betreten hier diese Kirche. Du bist anders als ich dachte. Das gleiche gilt wohl auch für mich. Wenn du den alten Mann sprechen willst. Also, hast du das Buch? Weißt du, was das ist? Das Wort Josephs. Seine Lehren, seine Führung, seine Weisheit. Und sein Wahnsinn. Ich habe überall danach gesucht. Joseph sagte, dass derjenige, der es findet, von Gott zum Herrscher, von Eden erwählt wird. Und du bringst es uns zurück. Nicht ich. An mich haben sie sich gewandt, als er Richtung Norden verschwand. Ich war es, der die Familie zusammengehalten hat. Mich wählten sie zum Anführer. Ich habe sie vor den Heuschrecken und den Schlangen beschützt. Ich habe uns alle hinter diesen Mauern am Leben gehalten. Nicht der alte Mann! Ich! Ich! Vater wollte ein Paradies erschaffen, aber als es schwierig wurde! Liefer davon! Du kamst, um ihn um Hilfe zu bitten. Aber Joseph ist tot. Niemand hier möchte es zugeben, aber es ist die Wahrheit. Unsere Familie glaubt immer noch an ihn und wird nicht aufhören, an ihn zu glauben, bis sie endlich alle verstehen, dass er nicht der Messias war. Er war nur ein Mensch. Sie müssen es selbst sehen. Bring mir einen Beweis für seinen Tod. Dann helfe ich euch. Aber New Eden wird nicht zulassen, dass du nach Norden ziehst, bevor du die Flamme entzündet und dich als würdig erwiesen hast. Alle kennen das Zeichen. Sie werden dich zur Flamme führen. Das war dieser Ethan, der gerade eben dort mitstande in diesem Text bei der Kirsche. Wo wir waren. Ich glaube aber nicht, dass Joseph tot ist, irgendwie. Ich hoffe, du bist die Antwort, die wir suchen. Die maskierten Sünder täuschen sich, weil sie meinen wir. Ich frage mich, ob du... Ist er denn gestorben? Du wurdest gezeichnet. Ethan hat dich als einen gezeichnet, der die Flamme des neuen Eden erneut entzünden will. Die Banditen, die uns das Land abgenommen haben, haben sie gelöscht. Sie befindet sich am Fuße der gefallenen Statue von Joseph, die ein Sünder vor vielen Jahren zum Einsturz brachte. Dort ist eine Gruppe Auserwählter. Sie werden dir helfen. Okay, diese Stator kennen wir ja. Das waren wir ja damals. So, wir sehen mal noch kurz hier rein. Was ist das denn? Okay, ein Tietz. Gut. Dann verlassen wir mal das Anwesen. So, und jetzt haben wir die Auserwählten treffen. Können wir dafür direkt mit Brot weitermachen? So. Na, das ist dort hinten im Wald. Okay. Gut. Dann bräuchten wir jetzt hier am besten irgendwie ein Auto. Oder wenigstens so ein Motorrad. Okay. Gut. Ansonsten dauert das ein bisschen, bis wir dort sind. Ich glaube aber nicht, dass der tot ist. Ich weiß nicht. Ich bezweifle das echt, um ehrlich zu sein. Okay. Dann riechen wir ja mal auf. Okay. Dann riechen wir schon. Wann? Ok. Okay. So. 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 zu überweisen dass er tot ist ja dieser typ das war auf jeden fall der gesucht worden ist von dieser megan die das geschrieben hatte dort was wir gesehen hatten in der kirche so die außerwelten sind jetzt auch so weit entfernt was haben wir denn hier ein lager ist hier niemand doch so moment mal ich will mal hier rein sehen hier liegt so viel zeug drin so gut was war es für den wir schauen mal ganz kurz bei unserem vorteil nach haben wir hier wieder wir haben hier gut was an punkten so leider nein geschicklichkeit verdeckt werfe ich nicht schlecht schlösserkracken ja das hört sich doch gut an unsere wingsuit wäre auch ganz gut so nehmen wir auch noch auf dem wingsuit habe ich immer Bock hier haben wir auch ein fahrzeug sehr cool ja und gegner hi so sehen wir ganz kurz hier rein was haben wir denn hier bisschen was an stuff halt das können wir doch auch noch ja hier wurden doch diese filme gedreht hier war dieser filmmacher planet guy marvel ja so hieß er coole sache den haben wir hier auch hier sieht man auf jeden Fall einiges auch so wieder vom vorgänger so jetzt geht es weiter zu dieser figur die wir mal einen tag haben wir uns zerstört haben das sind ja die auserwerten wir können eigentlich direkt durch fahren oder wir machen hier hoch ja so let's go wo ja also der weg hier ist natürlich etwas ungezogen gerade ja oder ich möchte mich auch nicht mehr hier haben wir die auf der weg ja wo wo das ist da ok er brennt hallo ich will weg oh hilfe das ding jetzt nicht losgeflogen so männerschaufel alles ist gut weißt du ist es schön dass ich dich noch bei mir habe mutierter puma was auch noch gold okay da müssen wir erstmal hier lieber ein bisschen weiter weg habe ich das recht gelesen also da muss ich angst haben weil da haben wir locker noch keine chance so hier müssen wir hoch hier war ich den klatter haken irgendwo benutzen sieht das leider noch nicht so aus schade hier könnten wir hochlaufen so wie es aussieht was hängt denn hier für ein beutel dran so männerschaufel männerschaufel nein wo ist sie nein halt ja gut wir haben uns jetzt schon wieder mit dem werden wir auch noch eine außenpost einnehmen erstmal hier bitteschön die sollte eigentlich gerne diesen laster nehmen aber ich weiß nicht ob der die luft fliegt wie dieser eine den jungen hatten weil da war ja trennen wie so eine art sprengsatz ja es ist wieder so trenne ich denke mal das kann man gar nicht umgehen wer weiß ich echt nicht wie es kommt auch noch ein fahrzeug das war denke ich halt perfekt wir bleiben stehen jetzt wenn ich ein fahrzeug da ja da ist das nicht schön so mal was nachsehen so bei dem legen sie das nicht so aus nein hier ist nicht so ein sprengsatz gut jetzt haben wir ein fahrzeug für die letzten meter vielleicht hat nicht weiß wie weit wir noch fahren müssen wir müssen halt nur noch hoch ja und hier geht es anscheinend schon nach oben ok dann hätten wir das jetzt nicht unbedingt noch machen müssen das hat sich halt nur gelohnt von dieser einen sache her dass wir halt jetzt den vorteilspunkt bekommen haben naja wir die frau gerettet haben die auch drin war aber nur gut vorteilspunkt ist vorteilspunkt da will ich mich auch nicht beschweren und hier brauchen wir den haken so ab nach oben gut jetzt müssen wir noch weiter hoch gehen hier so sehr schön wunderbar es geht noch weiter hoch ja großer berg auf jeden fall wow die aussicht hier das sieht schon mega cool aus so alles hier und dort hinten wo diese kuppel ist ich glaube die kennen wir doch auch da war doch ähm cheeseburger ach schlimm ich vergesse jedes mal so ein bisschen die Namen also ich hab die halt leider echt nicht mehr alle so richtig im Schädel dran so wir sollen jetzt hier warten auf die Außerwerte okay das ist nur einer viele haben versucht die Flamme von ihnen zu entzünden sie alle sind gescheitert viele der Highwaymen sind bei der Flamme und sie töten ohne Gnade unsere einzige Chance gegen ihre Überzahl und Feuerkraft anzukommen ist sie heimlich und mit List auszuschalten wir haben eine Waffe mitgebracht die dieser heiligen Aufgabe angemessen ist bitte ziehe sie in Betracht die Außerwählten werden dir helfen nun folge mir okay wann bekomme ich die Waffe und das ist 100 Brunen Bogen nehme ich mal an okay Pfeile haben wir bekommen da muss doch hier auch ein Bogen liegen ja hier gut aus geht's so jetzt sind wir erst mal jemand von Juiden so wie es aussieht so weg mit dem dort das klappt doch gut nächster ey das macht Laune die doch mal so mit Bogen zu spielen ich merke schon ich hab das vermisst Far Cry zu spielen mit nem Bogen so das ist halt einfach meine Lieblingssache von früher auch immer das ist halt einfach meine Lieblingssache von früher auch immer genau so zack 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 Wollte ich mal so meinen. Hi. Mist. So. Gut, heilen. Gut. da ist noch einer sehr schön woher kommen die gepanzerte würde ich sagen aber anscheinend war doch nicht gepanzert ich sage dir was als nächstes kommt ja was dann als nächstes kollege weiter können würde ich nicht bringen einen moment ich habe noch mehr ja 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 warte kannst du dich mal reden muss gerade bloß ein bisschen was eintüten also ich sagte weiter können wir dich nicht bringen du musst allein in die höhle hinabsteigen und die flamme entzünden die kammer wurde geflutet und die rohre versiegelt in diesen rohren befindet sich das blitz dass die heilige flamme nähert lasst das wasser ab und zerstöre anschließend die rohre um das blitz freizusetzen entzünde das blistern kann die flamme der gerechtigkeit wieder brennen und sei vorsichtig sonst verschlingt sie dich mit unserem segen und unserer hoffnung okay ich gehe so ab in die höhle halt das will ich noch mitnehmen ab in die höhle lasse das wasser ablaufen okay also einfach einen stöpsel ziehen so dann wollen wir mal sehen denn ist glaube ich ein ventil zum drehen moment hier gehen wir mal hin nein nein doch nicht okay dann habe ich mich hier geirrt so ich weiß aber jetzt auf jeden fall wo wir gelangen sind glaube ich so hier entlang gut halt da war das ding in der hand aha okay gut jetzt schon abgelaufen ich dachte er dreht dran nein ich musste nur die taste drücken und das dreht sich schon okay ich dachte da kommt vielleicht jetzt noch eine animation oder so dass er das dreht okay die blitzbraucher zerstören was hast du schreckt das sind mehrere ratten die alle so ineinander gestapelt sind okay irgendwie ja schon ganz lustig gut das müssen wir schnell weg die arten haben auch schon ab so das blitz breitet sich auf jeden fall überall schön aus okay ich dachte jetzt gerade unser weg wäre eingestürzt wird jetzt machen wir wieder zurück so wunderbar das hätten wir hiermit auch geschafft nein ich will nicht runterfahren es sollte mich nicht so angenehm sein ist auch hier so sind wir das blitz wir werfen wir werfen mal das molly dort hinter ok gut das klappt sehr gut wir müssen wissen wie wir dich nennen sollen nicht einmal hat das geschafft du musst derjenige sein der josephs prophezeiung erfüllen wird du musst zu ihm zurückkehren und weitere anweisungen abwarten aber sei dir da schießt doch jemand ok ein konflikt kollege ich will weiter mit der reden hier ist niemand so wie ich sagte du musst zu ihm zurückkehren und weitere anweisungen abwarten aber sei dir sicher dass du uns neue hoffnung gegeben hast alle in new eden werden erfreut sein ok gut blitz zum morgen doch ein bisschen ich kann es nicht glauben interessante wortwahl so ganz schön viel kämpfen mussten wir gegen diese naturfreaks als wir das feuer gelöscht haben jetzt brennt es wieder und wenn das diese hippies wach macht und die sich noch krasser wehren nervig halt moment so rings tut es ja schön damit können wir schön hier lang gleiten halt können wir vielleicht sogar eine schnellreise jetzt eigentlich machen zum idens skatings ach nein da müssen wir jetzt gar nicht hin oder blitz zum morgen grauen iden 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 wo ist das idenskate denn mm mm komische sache ist das denn nein das ist schon hier drinnen ja 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 gut da können wir keine schnellreise hin machen schade das wäre nämlich ganz nett gut so so da unten okay das ganze hinter schaffen wir sowieso nicht ich hoffe mal dass wir jetzt gleich dort ein boot finden am wasser das fände ich sehr gut so wo sind wir denn jetzt hier noch so genau wir machen hier rüber zu nick würde ich sagen nick rye wo ich würde sagen das machen wir mal noch ich dachte der wäre tot dachte ich eigentlich aber ne da lebt anscheinend noch so deswegen holen wir den mal ich bin ja auch so gespannt was dann so sein wird wenn wir ihn gerettet haben er wird sicher bestimmt freuen auch seine tochter wieder zu sehen und seine frau wie das treffen dann so also wird da bin ich auch schon gespannt drauf so dann wollen wir mal sehen wo ist denn da gute herr hier wird geschossen karte nochmal ist da draußen jemand hier ist nick rye ich werde gefangen gehalten irgendwo beim alten wasserwerk ich habe ein fluchtfahrzeug hm das ist falsch das wasserwerk denke ich jetzt einfach mal so wir machen mal dorthin würde ich vorschlagen denn würde ich halt schon gerne mal noch retten das wasserloch ja das wasserwerk das kenne ich sogar auch noch vom vorgänger so der rutsche nehmen wir gut jetzt schön leise das ja erstmal angehen so zack 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 Mist jawoll gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut Wir haben jetzt auf jeden Fall schon einige hier erledigt, so, zack, wo ist hier der Nächste? Wir müssen doch hier irgendwo rein bestimmt, ja. So, zack, Nick, wo bist du? Es sollte doch eigentlich hier sein. So. Mal ganz kurz auf die Karte schauen. So, das ist ja ein Außenposten, ja. Belohnung. Hier gibt es aber auch nichts mehr in der Nähe. Das heißt, Nick Wright, was er ja schon meint, mit Gefangenheit, das muss schon hier sein, ja. Das muss eigentlich schon hier sein. Er meint ja was mit Wasserberg. Da hinten macht einer hoch. So. Weg mit dem. Okay, das war der Letzte. Sehr gut. Dies hätten wir da mit. So. Was haben wir denn hier? Blündern. Hm. Hör uns das nochmal an mit nichts. Das könnte es auch sein, vielleicht. Wir gehen mal ganz kurz hier ran. So, zack, 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 zack. Wo ist denn hier der Bogen? Ja, hier. Okay. Ich werde das mal hier hinpacken. Den Bogen hier hoch. Dann haben wir nämlich jetzt erstmal halt kein Sturmgewehr mehr, so. Also, finde ich das schon ganz gut. Aber, guck mal, die Sache. Wo ist wohl Nick? Weil eigentlich müsste der doch hier sein. Oder hier jetzt irgendwo der Nähe. Dann könnte ich mir halt höchstens noch dieses andere Ding jetzt da dort vorstellen, wo jetzt hier markiert ist. Weil genau bei seiner Markierung, da ist ja nichts. Oder könnte der da auch sein? Ich habe halt nur die Bäume jetzt gerade gesehen, die ganze Zeit dort, wenn ich dort richtig ran zoome. Ja, sehe ich es aber auch aus so richtig. Ich glaube, ich brauche eigentlich eine Brille. Also, die ruft. Die Brille ruft mich. Oh, hi. Ja, bitteschön. Ja, renn nur. Renn nur. Wo ist das Tier schon jetzt wohl hin? Weil es brennt ja. Nick, ich komme. Sorry, ich hatte ja jetzt gerade eben hier so eine bisschen, eine kleine Ortsverwechslung gehabt. Ganz kurz mal hier noch was nachlesen im Logbuch. Okay. Gut. So, hi. So, weg mit dir. So. Die sind auf jeden Fall Level 2. Das Trick liegt auch jetzt auch noch so. Fällt mir gar nicht gut. So. Oh, ne gut, wir können ihm ja helfen. So, komm schon. Jawohl. Das hätten wir. Ich brauche Hilfe. So, komm hoch. Wer auch immer du bist, du hast mir das Leben gerettet. So, was haben wir hier noch? Nichts mehr so richtig. Auf diesen Moment habe ich lange gewartet, Partner. Danke. Tausendfachen Dank. Du wirst es nicht glauben, aber ich bin hier schon seit Monaten gefangen. Die Highwaymen haben mich hierher verschleppt und ließen mich für die Zwillinge schuften. Ich muss zurück nach Hause. Mein Fluchtfahrzeug ist auch schon fertig. Na komm, lass uns abkommen, bevor noch mehr von diesen Fixern auftauchen. Ich bin übrigens Nick. Schön, dich kennenzulernen. Na ja, schön, dich kennenzulernen. Dann wieder mal. Die große Flussrott. Story Mission. Komm mit. Ich hab die Idee. Okay. Ich wollte dir. Ja. Hab meinen Flieger in nem Bootsschuppen verrammelt. Da am Fuße des Hügels. Wollte grad ne Testrunde mit dir drehen, als die Arschlöcher mich mit runtergelassener Hose erwischt haben. Also nicht wörtlich, versteht sich. Wir haben uns beide hier rausgeschleppt und ich musste dann weiter an dem Ding arbeiten, um es den Zwillingen zu geben. Und nicht nur das, ich musste noch ein zweites bauen, damit beide eins kriegen. Jedenfalls wusste ich, wenn ich es irgendwann schaffen will, ja, bauen, bis sie meinten. Na los, dreht er ruhig weiter. Los, jetzt ist gleich da vorne. Oh, oh. Das ist ein gefährliches Ziel. Die Mann sind so verdammt unvorhersehbar. Deswegen. Da ist sie. Wie gesagt, sie ist nicht fertig. Also der Teil mit dem Fliegen. Aber ist sie nicht wunderschön? Los, geh uns steuer. Ich halte so lange nach Ärger aus. Schau. Okay, mach ich. So. Gut, er ist auch drin. Das Fahrzeug darf nicht zerstört werden, okay. So. Gut, dann müssen wir es mal hier vor. Behalte bloß dein Essen bei dir. So, Vorsichtig. Und gleich noch mal. Irgendwie ist das ja ganz cool. Halt dich da vorne links. Verdammt, mach den Weg frei. So, hier entlang. Oh, das Fahrzeug nimmt Schaden. Einfach weitermachen. Oh, vielleicht war das doch nicht so eine tolle Idee. Festhalten! Scheiße, ja! Das war irre! Verdammt! Die Highwaymen! Okay, doch hin. So, Schnee weiter. Shit. Die Cry muss jetzt ein Fahrzeug sein. Okay, wie ist sie da hier rausgeflogen? Okay. Na, super. Komm. So. Gut. Nick? Ich komme. Okay. So, sage ich mal lieber nichts. Das sah einfach neuerlich aus. Was ist ja schon wieder runtergeflogen, der Nick. What? Okay. Ich verstehe es nicht, glaube ich. Nick, ähm, dir geht es nicht gut wieder. Ich merke schon. So. Aber jetzt musst du auch langsam mal das ein bisschen aushalten, weil wir müssen auch ankommen. Dein Fahrzeug geht auch kaputt. So. So. Los. Wir müssen endlich mal ankommen hier. Ich weiß noch, was die Mann wir da sind. Wir sind schon auf der Zielgeraden. Nee, ganz im Ernst. Ich hatte schon fast aufgegeben. Hätte nicht gedacht, dass ich den Wichsern entkomme. Und glaube, ich hab's versucht. Hab mal zwei von denen mit dem Schraubenschlüssel umgehauen. Aber es waren zu viele. Die meinten, wenn ich das nochmal vers... Ja, rede weiter, Nick. Ich bin gespannt, was du noch zu sagen hast. So. Hier rein müssen wir wohl. Na los. Gut. Das hätten wir geschafft. So. Mal sehen, wo wir jetzt sind mit dem guten Nick. Ob wir jetzt vielleicht gleich einfach direkt zu Hause sind. Ja, sind wir. Weißt du, wo meine Drahtschere ist? Kheon. Sie war doch hier irgendwo. Warte. Sie war doch gerade noch hier. Wo hab ich sie denn nur? Hast du etwas verlegt, Liebling? Hey, Baby. Hi. Weißt du, wenn du beschäftigt bist, kann ich ein andermal... Nein? Nein. Hey, kiddo. Hi. Danke. Das war doch nett von uns. Die wollen dich, die wollen dich leiden sehen. Jeden Tag eine gute Tat. Oh Gott. So. Jetzt direkt hier noch die Werkstatt upgraden. Sehr schön. Ich hab ein paar einfache Fahrzeuge. Und jetzt sehen wir mal hier ganz kurz noch bei Fahrzeugen. So. Oi, oi, oi. Den kennen wir doch noch. Den Fein hier. Okay, ich hätte gern so einen Hayley. Was sind denn wohl die goldenen Fahrzeuge? Wow. Blood Dragon Movies. Okay. Gras ist das Zeug auf jeden Fall hier. Halt, was ist denn das für eine Hayley da ganz unten? Oi, 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 oi. Der ist... ...hart gepanzert. Wofür steht das Prestige wohl? Oder 600... Okay, ich glaub, das ist ne Echtgeldwährung. Dieses Prestige. Kann das sein? Ich weiß es nicht. So. Gut. Also, was richtig Interessantes gibt es da, ist grad nicht für mich. Halt, was? Wir haben ein Boot da grad frei. ...geschaltet. Äh, nicht ein Boot, sondern ein Flugzeug. So. Sehr cool. Wie kann ich das denn jetzt hier benutzen? Oder wo? Ja, das weiß ich heute leider nicht. Okay. Gut, Leute. Wollte ich sagen, wir machen jetzt erstmal hier Schluss an der Stelle. Und in der nächsten Folge machen wir dann weiter. Mit der nächsten Hauptquest. Bis zum Morgenkrauen. Das war's an der Stelle. Haut rein. Und... Tschüssi. Tschüssi. Untertitelung. BR 2018